Hahahaha Hab ich ihn gefickt? Herzlich Willkommen liebe Zuschauer bei einer weiteren Folge Dummschwätzer Ähm, Titanfall Ist ja diese 3 Stunden Testversion oder wie auch immer Lass uns spielen! Ja! Lass uns doch mal spielen hier! Höh! Äh... Was muss... Äh... Falls du noch ne klassische Titanfall gespielt hast... Ist das denn die Aller Einstieg? Ja gut! Materialschlag! Ich hab zwar schon das Training gespielt, also bin eigentlich Profi Aber gut, na gut, sag's muss euch Guck da Level 1 und die anderen sind nur Level 50 Ha, voll schlecht! Ich fixe! Ich fixe! Mach es um, dass mein PC überhaupt mitmacht, aber ich Mit der Aufnehmerei. Ich hab vorhin schon ein bisschen rumgefriemelt Ein bisschen die Einstellungen geändert Ja, weil man kann ja nie wissen, man kann ja nie wissen Bin heute auch ziemlich gut gelaunt Oh Gott, bin ich überblendet da oben! Ihr seid da, da oben ist der zweite Bildschirm zur Kontrolle Ist das denn scheiß? Ist das denn scheiß? Egal, ich lass es jetzt so Oh, ich hab gar keine Nase! Egal, ihr wisst, dass ich Da ist sie, ihr wisst, dass ich ne Nase hab Denkt euch einfach, denkt euch dazu Wow, es leckt sogar da oben in der Kamera drin, da So bei euch! Ich hoffe, das ist schwer Nicht im Video zu sehen Also meine Damen und Herren Kurze Haare Schürze! Schürfe! Schürfe! Ja, volle Pulle! Bamm! Piloten, das wäre dein Material! Piloten, ich mach euch kaputt! Ich hab mir die ausgeschehen! 3 Mol am Tag! Was? Gott, so viel an der Wand gerenne da, oder werde ich ganz verrückt? Da werde ich ganz so näher richtig Ich will da hoch! Kann man ganz hoch klettern? Nein, nein Ich hab wohl nicht genug trainiert Sonst wüsste ich das Oh, ihr Sackraten! Fress meine Granaten, ihr Sackraten Ach so! Ach so! Bin der Pilot! Hallo, äh Bin wirklich der Piloten? Kill mich! Das hat ganz kurz geleckt, Mann, was soll ich machen? Fick ehrlich? Sag schon! Wo, wo, wo ist er? Feindlicher Pilot, wo bin ich eh? Da ist er doch irgendwo... Ist er irgendwo im Haus? Das war ein Pilot, gell? Das war ein Doppelschlag! Das war ein Doppelschlag! In die Fresse, würde ich mal so behaupten Mach! Ach, ach! Ich hab grad nach meinem Step geguckt! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Das seh ich auch, irgendwo! Da unten! Tja, Figurine! Hilfe! Da war gerade noch ein Gegner! Ah, ist er tot? Ja! Hör euch die Graphic an! Ich hab sie schon echt hoch! Und es geht! Ach so! Jetzt auf einmal kommt ihr mit irgendwas hier runter! Hm, ja klar! Lügt mich mal nicht so voll! Ja, ihr Baron! Lügen, Barone! Ihr seid doch auf dem Ding geritten! Auf der... Wasserstoff! Da sind meine Granaten für euch! Ja, klar! Hahahaha! Hab ich ihn gefickt? Guck, wie ich meine Granaten schmeißen! Er steht da so! Vielleicht sterbe ich! Hab ich ein Gebömster! Hab ich ein Geböm... What?! Ja, ich hab voll die... Voll die gute Laune irgendwie! Eigentlich... Ist fast grundlos, weil heute... Na doch, ich hab heute ganz gut arbeiten geschafft! Oh, ich hab meinen Major nicht gesehen, wisch! Also hab ich keine gute Laune! Komm! Nicht auf die Spiele! Ah! Titan bereit, was?! Ohohoho! Tja! Aber eigentlich find ich's fast geiler zu Fuß! Nee, Quatsch! Der behinderte Titan! Der Titan! Ja! Ja! Das ist so geil! Und vor allem ist meiner der schönste, hab ich gehört! Ich hab hier nämlich innen so Duftbaum hingehängt! Weil ich mir dachte, komm! Mach ich jetzt! Gönne ich mir jetzt mal so Duftbaum! Ach ja! Bin der Spieler und wurde von mir gefickt! Hallo? Oh, ich kann ja nicht hochspringen. Ach so! Die Herren der Schöpfung! Mhm. Ich geh einfach hier rein! Oh schade, kann ich nich... Booh popping! Booh peoples peoples! Oh, wie ich gebürmst hab. Ja? Wie hab ich ihn gebürmst? Oh, 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 rukelei etwas? Der Fökel! Du schieße auf mich, du Arsch. Du kennst den Arschkramp. Titan Assist nur! Ey, wo könnt mich... Könnt mal die Puppe schmatzen? Wo ist der Sound hin? Äh, ich hab keinen Bock mehr, ich steig aus. Oder vielleicht doch nicht? Weg hier! Der Sound, mein Sound ist voll gefickt. Guck mal! Äh, 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 äh. Vielleicht hilfst du nicht jetzt, äh, kurz, äh, äh. Ja! Escape! Escape hilft ihm! So, da ist irgendwo, da ist irgendwo einer. Unter mir. Der Sack. Zu viele Leute, zu viele eigene Leute. Da würd ich auch nicht herkommen wollen als das Feind. So? Der ist auch noch, ähm, da! Hilfe! Hey! Du kling! Ein hässlicher Titan gesichtet! Ein hässlicher Titan gesichtet! Guck mal da hoch! Nee, du erzählst mir jetzt nicht, dass wieder irgendwas... Irgendwas behindert ist. Ich würde so gern da hoch, egal. Häuserkampf. Granade! Uah, der hat noch ein T4 geschmissen! Ja, ha, 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 ha! Er fügt hier! Ich werde das langsam machen... ...mit meinem... mit meinem Titan. Blub, blub, blub! Ich wollte langsam machen mit meinem Titan, weil ich mir dachte... Wo ist das Sound hin? Das hab ich mir immer wieder gedacht. Gute Arbeit, Sound. Tja, das glaub ich erst, wenn ich tot bin! Klick, klick! Figurin! Wow! You can't hit me, bitch! Ja! Komm schon! Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht g'downed. Wow, 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 wow! Ruckelei, 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 ruckelei... Hä? Da... Leck ich grad nem Boden drin, oder was? Oh, hallo? Komm, versuchen wir nochmal unser Glück. Mit dem sterbenden Titan. Wow! Krass, wie das grade zuckelt und ruckelt. Oh Gott, das ist... Es ist echt grade... Es ist grade echt hart. Ich muss nach der Runde nochmal die Dinge einstellen, die... Die... Ne? Aber... Aber ich will jetzt hier nochmal richtig hart, äh, den einen... ...Gelder schniedeln. Also in diesem Trainingsmodus, als ich in die anderen Titans gespielt hab, da hat's ordentlich geknallt. Da hat's nicht so... Hat's nicht so komisch rumgepimmelt. Ist das jetzt die Verbindung, oder ist das einfach... Naja, ne... Ich seh's, da FPS-Technik ist das irgendwie schlecht. Ich hab... In diesem Ding... Spielt man gegen drei Titans und überall... Oh! Oh! Hallo! Also ohne den... Ohne den richtigen... Bum-bum-Sound ist das ein bisschen behebbert, ne? Na ja, Vorsicht! Vorsicht, geh weg! Aua! You Motherfucker! Oh! Oh! Ja! Titan-Totgewalt! Mit Sound wär's noch geiler! Mit Sound wär's echt geiler! So! Wie... Öh, genau, bei mir! Bei mir ist der Überkrierungspunkt ultra geil! Uh! This is not amazing! This is not amazing! Was? Nur Probleme durch! Probleme über Probleme! Und die Grafik ist wirklich nicht auf so hoch gestellt! Hey Männer, wollt ihr auch abhauen? Ja? Ich will auch... Ich will auch weg! Komm, wir gehen zusammen, okay? Komm! Ich will aber am Fenster sitzen! Hey! Jetzt schießen die auf unser Schiffchen! Pfff! Da kenn ich nix! Ha! G'shaft! Hier ist schön kühl draußen im Weltall, mach mal die Fenster auf! Okay, dann bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!